Die Vergabe von Gemeindewohnungen sollte grundsätzlich wieder an die Staatsbürgerschaft gekoppelt sein. Und das haben wir immer wieder verlangt, weil es war ein großer Fehler 2008, damals noch unter Wohnbaustadtrat Faymann, SPÖ, hier den Gemeindebau zu öffnen, weil das sind Leistungen, die erbracht wurden mit diesem Geld von unseren Großeltern. Und diese Generation hat fleißig gearbeitet, hat auf viel verzichtet, damit auch Wien diesen sozialen Standard hat, den es jetzt hat. Verstehe ich Sie richtig, eine Gemeindewohnung nur für einen Wiener? Gemeindewohnung nur für Staatsbürger. Und das war eben immer schon unser Ansatz, um nicht mehr Menschen hierher zu locken. Weil ich kenne viele Familien, die bekommen keine Gemeindewohnung mehr, aber jeder, der hierher kommt, jeder Scheinasylant, kriegt ab dem ersten Tag, wo er dann hier ist und die Asylberechtigung dann noch bekommen hat oder gar nicht bekommen hat, sondern subsidiär Schutzberechtigter ist, bekommt dann eine Gemeindewohnung. Und das ist für mich nicht fair und gerecht.